Hey, was geht? Mein Name lautet das Kennt ihr das, wenn ihr zu viel in eurem Mund habt? Nein? Ich hab nicht deine einzige Oh Mann Oh, nào habt ihr den bekommen? Aber übel Ich weiß nicht ob ihr es kennt aber immer Oh, da ist er Da ist er noch Oh, Oh, Alter Oh mein Ich dachte jetzt so Multikill oder sowas 30 Kills werden wahrscheinlich Man kann ja nicht durch Fenster rausgehen Sorry Es funktioniert nicht so wie bei mir zu Hause Und Dann kam die Bahn nicht mehr Und verdammt schlecht ist das Gegend Ich bin wieder fast vor Aber ich hab voll die Probleme alter Egal das Video geht noch ein bisschen 9 zu 10, 8 zu 14, 5 zu 7, 4 zu 11, 2 zu 13 2 zu 13 Uns fehlen Uns fehlen Dick wir spielen Auf der Map Penis Was das befindet Dick befindet sich in Afghanistan Ja so sieht es doch aus Ich hab das Gefühl hier Egal ich hab dir gesagt Der Brun liebt dich nicht Keiner liebt dich Stell dich gleich rüber Danke für den Kill Man muss dich immer bedanken Weil das natürlich sehr höflich ist Von den Gegnern Hier ist es um ein bisschen Risikohaft Risikohaft hier rum zu laufen Beide geholt Beide auch easy Lockerflog ich geholt Bam Easy Oh mein Gott Wie easy Ah da ist einer Nein, 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 nein Oh Nein, 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 nein Nimm das Ah, schade Nicht zu lange hier sein Weil von da kann auch noch einer kommen Von hier kommt einer Nein, das ist Oh scheiße Ich boll hinter mir Die kommen jetzt definitiv von da Weil ich sehe Guck mal Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Wenn ihr euch das fragt Jetzt ohne Scheiß Aber ich wusste es wirklich nur Weil ich auf die Karte geguckt habe Aber das war richtig klar Dass er da campt Lass mich den so eliminieren Oh, das war eine gute Samtex Ich würde schon Oh, das war wirklich eine gute Samtex What the fuck Ja, definitiv das ganze Gesamte Highlight des Videos Egal Blitzschlag Ach scheiße Die sind so komisch positioniert irgendwie Ich mach einfach mal hier so Da wo die spawnen Und flieg Ein Kill, vielen Dank Okay Ich bleibe das mal Einfach mal in der Lobby drin Was für ein Gesicht Ja, gut gemacht Komm schon, komm schon, komm schon Komm schon, Teammate Komm schon, Teammate Ah, noch so viele Kills Meine Teammates Die sterben dauerhaft Dauerhaft Ich bin zu aggressiv Oh, ich bin zu aggressiv Alter Beruhig dich halt Schon wieder verloren Ey, ohne Scheiß Eine schmachvolle Niederlage Ja, auf jeden Fall Eine sehr attraktive Killcam, ne Lässt dich auf jeden Fall sehen lassen, ne Wow, und dann ist er gestorben Was macht der da jetzt eigentlich Der kämpft hier, oder? Oh, der kämpft hier Der kämpft hier Lass dich mal verfolgen Lass dich mal verfolgen Lass mal ein bisschen Spaß haben Lass mal ein bisschen Spaß haben Oh, Teammate Oh mein Gott Wie ich meine Lass mal ein bisschen Spaß haben 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 Das war's. Ich hab ihn noch bekommen. Ich weiß zwar nicht wie, aber okay. Deswegen geh ich immer davon aus, dass Zockentalent ist meine Meinung nach. Ich mach mal ein Commentary drüber, ob ihr denkt, dass Zockentalent... Oh, sorry, teammate. Ich liebe deine Muskeln. Hier. Ich hab den Klemod zerstört, oder? Alter, ich hab gar keinen Plan mehr von meinem Leben. Wenn mir irgendjemand erzählen kann, wie das Leben funktioniert, bitte her damit. Da kommt er lang. Oh, wär ich jetzt gestorben, ich hätt geweint. Ihr müsst euch mal wirklich vorstellen, wie ich hier anfange zu weinen. Nein! Dieses Gefühl, wenn man weiß, man wird sterben. Oh mein Gott. Oh, hätte ich... Warte mal. Irgendwas stimmt gerade gar nicht. Irgendwas stimmt gerade gar nicht. Mein Controller ist auf Droge. Er hat zu viel Drogen genommen. Daran liegt es. Ein Moment mal. Ja, ich spiele immer auf 4 normalerweise. Ich bin der Fan von Empfindlichkeit 4. Mein Ziel ist, es immer so viel zu gewinnen wie möglich. Ja. Cooler Kill, ne? So richtig gut, ey. Dieses Emblem ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ne? Ihr wisst schon. Dieses Emblem ein bisschen verschönern. Und wer sich fragt, was diese zwei Kreise da sein sollen, das sind Arschbacken. Okay, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber... Ich meine... Ich meine, wieso nicht? Okay, so. Moment mal. Ich kann nicht zielen, Alter. Ich bin so schlecht. Schlecht ist das Spiel der EU. Oder auch nicht. Doch, komm, bestimmt. Ja. Bam! Lass mich seine AK... Aber die ist immer noch so hässlich. Aber Danny, ich bin doch gar nicht... Doch, du bist die hässlichste AK, die ich immer... Oh mein Gott, Danny, wie kannst du meine Gefühle nur so fletzen? Also diese Map ist definitiv... Oh nein, meine Nase, meine Nase, meine Nase, meine Nase, meine Nase, meine Nase, meine Nase... Oh mein Gott, meine Nase, Alter, ich konnte nicht... Ich hasse das so, ne? Meine Nase juckt, Alter. In dem unpassendsten Moment ever. Und natürlich geht natürlich, dass die Nase mal vor, sagen, ne? Vor der KD natürlich. Okay, wir spielen nochmal frei für alle, weil ich bin so angepisst, ne? Wegen dem letzten Mal. Jetzt gewinne ich und ficke ich jeden. Nuketown 22... Äh, 22... 22... 22... Nein, 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 nein. 20... 20... 25... Easy. 30 zu 0. Mit Ansage. Ach, wisst ihr was? Wir gehen einfach... Oh, er sieht mich, er sieht mich, er sieht mich. Er sieht mich, glaube ich, oder? Ne, er hat mich nicht gesehen. Alter, Schwierig, ich lebe noch. Oh, er sieht mich nicht, er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Er sieht mich nicht. Ich lege da. Guck mal, ich lege da. Er hat mich nicht gesehen. Oh, oh, nein. Oh, nein. Nicht hier, nicht hier, nicht hier, nicht hier. Disputieren. Oh, ich dachte, ich kann mich selber töten, damit ich hatte voll den Schock, Alter. Du bist der beste Spieler ever. Super, will ich sehen. Super. Zeig mir in die Killcamp. Apologize. Wie kann man sich nur so nennen, Alter? Oh, mein Gott. Was für eine Killcamp mit dem Messer. So schlecht. Es ist so schön. Er kann einfach nicht spielen, Alter. Okay, also, wir haben das Spiel mit dem 0 zu 2 begonnen. Ich bedanke mich für so ein bisschen. Hat es euch gefallen? Yeah. Man muss sich das mal vorstellen. Wenn heute der 1. April gewesen wäre, hätte ich das gemacht. Gerade läuft es nicht so gut. Oh, oh. Das war nicht schlau. Ich bin einfach so aggressiv. Immer und immer wieder. Es tut mir so leid. Natürlich. Ja, flieg auf mich. Danke. Gott. Huuu. Huuu. Was würdet ihr tun? Was würdest du tun, wenn ich deine Nase einfach so abschlecken würde? Einfach so. Du kommst zu mir. Willst ein Foto machen und ich schlecke dich einfach ab. Es ist nicht schlimm, dass du ein Junge bist. Ich bin trotzdem nicht geil. Keine Panik. Weil die Tarnung extrem geil ist. Bam. Übrigens ein sehr grandioser Kill, muss ich sagen. Also eins der besten Kills, die ich jemals gesehen habe in meinem Leben. Irgendwie also, ich sag mal so 18 von 24 Stunden. Und den Rest schlafe ich eigentlich. Easy. Danke für den freien Kill. Vielen Dank. 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 Sei frei. Easy. Danke für den freien Kill. Vielen Dank. Easy. Danke für den freien Kill. Vielen Dank. Vielen Dank. glaube ich, er wird hier rauskommen. Okay, ich habe keinen Bock mehr zu warten. Ich habe keinen Bock zu campen. Mama mia! Nie wieder spiele ich diesen Spielmodus. Kann denn keiner runterschießen aus meinem Team? Nein! Nur nicht das! Nein, nicht... Nur nicht das! Alles! Tarni, Loadstar! Aber nicht Orbital! Ich habe übel Lust auf neuen Spiel. Ich habe echt keinen Bock jetzt aufzuhören. Das war ein Kill von mir. Von mir! Es war es, sorry. Sorry! Vergiss es einfach, okay? Vergiss es einfach. Tun wir so, als wenn nichts passiert, okay? Moment mal! Ich kann es ja einfach so schneiden. Tja! Dann werdet ihr nicht erfahren, dass ich diese Grimasse gemacht habe, die ultra schwul aussah. Alter, cool! What the fuck? Was ist das für der edelste A&M 94, Alter? Edelste A&M 94 ever, hä? Guck mal, da ist ein Sniper. Er will spielen. Hab dir gesagt, Sniper. Ich habe keine Zeit für deine Sexprobleme. Was? Ich war genau hinter den Boxen! Und soweit ich weiß, kann man hinter die Boxen schießen. Das ist so ein Penner, Alter! Oh, der hatte nur einen Vorteil. Ich hatte die kleinen Killstreaks mitnehmen sollen. Das waren genau die falschen Killstreaks für Fly for Alle. Oh, mein Gott! Wie ich es verlieren hasse! Ein paar Leute denken jetzt wahrscheinlich, das ist nur ein Fly for Alle, aber ich hasse es zu verlieren, Alter! Ich verliere eigentlich nie ein Fly for Alle! So selten! Ernsthaft! Was? Natürlich, Alter! Er hat mich getötet! Er hat mein eigener Teammate! Hat mich verraten! Lass uns mal das Emblem kurz ansehen von ihm! Yeah! Das will ich sehen! Geh nicht aus der Lobby! Geh nicht aus der Lobby! Wo ist er? Hier ist er! Uh! Der hat ein definitiv viel besseres Emblem als ich! Aber sieht schon cool aus, ne? Wie hätte er das aber gemacht? Okay!